moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena wir machen mal noch mal kurz stamina und noch einmal ein bisschen voller sind und gehen wir hier und schauen uns mal noch eine ebene ach du scheiße noch weiter runter klingt hier jetzt böse amethyst key hier wird es gebraucht i am the architect of this hell whose name is for god in the dust of time yet where there is no dust where the river would speak there is my name find this place and then return to tell me my name only then shall you pass this door what is my name theodorus war es doch oder nicht den namen hatten wir ja gehabt oder ja das war doch richtig hier das war der name theodorus das war der einzige name den wir hier gelesen hatten und der blieb mir so im kopf hängen answer me this and prove my wit but true challenge is rare indeed i am twice as old as three times the age of the sphinx of gazir agamamnus divided by one nymph the age of the sphinx of kanus egon who left this world 26 years ago what then is my age was moment mal das ist jetzt ein bisschen verwirrend ich bin gleich wieder da so ich glaube die antwort ist 108 und es ist 108 ich habe da nämlich diese äh rätsellösungsseite wieder benutzt oh noch eine tür lesen hier da kommen wir nicht durch äh ich bin gleich zum ersten haste okay you would be challenged by this log okay jetzt sind wir hier drinnen hier ist nix okay hat sich auch nicht gelobt und 108 ich hoffe ich werde ich jetzt nicht von irgendwas attackiert nochmal oder ja die zu haben waren auch er hat mich jetzt aber schocken hier drauf haben wir noch healing auch den gibsen hier noch mal healing und bin ich gespannt was muss ich hier machen müssen wir jetzt hier so will ich haben kann ich nicht haben ganz schnell noch einer wo muss ich hin und riesen halle healing okay healing haben wir alle verbrauchen drüber springen geht auch der stab jetzt ein hier dieser falle muss er irgendwo oben sein ach hier ist er da ist er einfach wir suchen ganz schnell den ausgang er ist in die andere Richtung Riesenhalle so dann heißt es hier geradeaus ganz schön viele ratten hier jetzt kommen ok jetzt schauen wir mal genau Norden und dann Osten mir jetzt egal wie viele da jetzt von denen von denen kommen wir machen gleich noch einmal Leben voll und dann sehen wir zu dass wir in die nächste Stadt kommen damit wir bis zum nächsten Tempel überhaupt überleben so einmal jetzt Feel True noch ein Save Game auf die drei packen wir das mal und dann suchen wir uns die nächste Stadt wäre Tenmark Forest das würde ein Tag kosten ich hoffe wir überleben das ja wir könnten das nicht überleben aber ich hoffe das ja wir haben es überlebt jetzt brauchen wir ganz schnell ein Tempel nearest Tempel auch West ok ganz ganz schnell ein Tempel finden immerhin haben wir jetzt das vierte Stück vom Start und dann sehen wir jetzt das vierte Stück vom Start äh du sag mal äh äh nearest Tempel auch West auch West also weiterhin eine Wiese ah haben wir Tempel schnell heilen dann hätten wir das na kommen wir eigentlich doch gut voran hier hier kostet es mich 662 wie man sind wir jetzt wieder äh heilt können wir auf einmal den ganzen Farms wieder verkaufen wie viel tragen wir überhaupt mit uns 165 von 182 und sind Helphi suchen wir mal den nächsten hier ist wieder so ein riesen Platz ich glaube das ist irgendwie so ein kleiner Bug ich glaube die Stadtmauer hätte einfach bis hierhin sein sollen es ist einfach nur ja wie so doch Magesgang genau hier waren wir doch schon mal Fama Forest genau dann suchen wir mal einen Händler und wir unsere Taschen mal ein bisschen vom Müll erleichtern und mit Geld erschweren äh nearest Store genau der ist south of here ok ok da haben wir eine Kneipe wieder und das sieht so ein bisschen ne doch nicht ok du sag mal äh näher ist das Store mhm dahin zertöne ok ok das heißt also ach da haben wir auch noch einen nehmen wir da hin geht auch in Ordnung jo Anleifer Equipment geht auf schtzt wenn wir das den hier verkaufen ja dann verkaufen ähm dann dann wenn wir den verkaufen 33 ja ähm warte mal ein wenig einfach die Pühre das genau haben wir warte mal die Pühre Filverhelm, immerhin Gold, immerhin, nice Er kostet 600 Gold Brownsheet, 11 Gold Powersheet Gold Gold Beaks out to the moment, next life Edelie And Pristids Und noch ein Crystal, genau, die Brace ist auch noch, 1.106 ist, und dann 2.127, okay. So, die Torks auch noch, und den Tork, Amulette genau, auch noch 3.90, und den hier auch 3.90 Karte, dass sie nicht so viel wert sind. Ja, was hat wohl, ne? Gucken wir mal mal hier, was er hat, an Waffen. Und dann sind wir wieder bei 14.000. Heal Maze of Lifesteal. Und Domantic Saber of Lightning. Makana auf Lack. Und noch hier. Achso, wir müssen ja auch noch unsere Sachen hier reparieren. Bitte? Wäre... Ja! Forgegens ... Für's, das ist eine Partner. Diete Ratec zurat zod ch ... Die Tür ... He stör ... Die Ratec ... Sanfte ... Die Braten ... Groß ... Magister ... Vierer Z confident ... Ja! ja 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 genau 4 gold ja, add job eh, plate-downlets, genau und add job ah ok, der hat genossen dann gehen wir hier nochmal raus den müssen wir uns markieren, damit wir wissen, dass hier unsere Sachen sind so aneröffert Equipment Store und dann müssen wir noch schauen wo ist denn der andere genau diese Richtung geradeaus und dann da rein können wir hier nochmal den ganzen Rest reparieren so repair ähm 4000 volt ja dann repair add job äh, every towership of intelligence 931 ok repair add job every katana will das wird alles bald noch sehr sehr teuer für ähm hier aggressor kill 2 äh attack tech ja ok dann repair das wird auch sehr sehr teuer das wird auch sehr sehr teuer das wird auch sehr sehr teuer der hat viel genug zu tun wir brauchen noch einen wir brauchen noch einen schmied wir haben beide jetzt viel zu tun ich hoffe auf der Rückseite ist noch einer hier irgendwie irgendwo da ist noch einer genau das ist auf der Rückseite perfekt dann markieren wir den hier noch mit Elite Tool Store und dann darf der noch den ganzen Rest reparieren von uns und dann darf der noch den ganzen Rest reparieren von uns dann ähm äh repair äh äh evony torque äh evony amulett ach so ok wie viel haben wir jetzt noch von gold auf tasche 5.531 das war es dann wohl mit unseren 14.000 wartet was sie mal bitte wo ist denn die näherste in auf east of here hat mir doch auch vorhin irgendwo einen gesehen guter herr sagt mir bitte wo ist der näherste in perfekt hauling griffen perfekt nehmen wir da mal rein 10 tage durch und dann holen wir unsere sachen ab ja ich hätte gerne ein zimmer ich bin auch single 10 tage dann würde ich sagen pennen war hier einfach bei 340 stunden du hast die vierte rote 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 ich bin ja auch okay der kristalltunde kristalltunde alle die kristalltunde Wir wissen alle, dass es Summerset Isle ist. Der Kristalltum ist definitiv Summerset Isle für Summersand Insel. Also, wir haben in Summerset auf jeden Fall ein... Wo? Runde, ich muss noch gucken. Drei Items, die wir holen müssen aus E-Mertz. Drei Items in Summerset. Also, das wird noch... Da werden wir noch eine Weile bleiben. Jetzt schauen wir mal, wo unsere Sachen sind. Und dann, genau, hier jetzt einmal ein bisschen kurz geradeaus. Und dann Richtung Süden. Und dann holen wir unsere Sachen wieder. Äh, genau hier. Passt nicht hier, oder? Der hatte doch unsere, ne? Muss doch der gewesen sein, ne? So. Repair. Katos. Ja. Repair. Katos. Repair. Katos. Ja. Katos. Ja. Repair. Katos. Ja. 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 Okay. Und dann müssen wir noch da rein. Wie ist Ihr ezt. Du musst das hier unterhalten. Hermes hat eins, das ist sehr einfach. Also, bis bald oben. Ja. Katos. Und, dann. Repair. Und Katos. Und, dann. Kuss. Und, dann. Dann, man, ja. Und noch mal Platos. Haben wir jetzt alles. Können wir uns jetzt auch mal wieder ausrüsten. Und nur der eben als Ding ist da. Wartet jetzt zuerst den hier an. Und den. Und den. Die Ebenenherzlinge haben wir schon alle an. Dann nur noch. Es. 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 Und jetzt. Die müssen wir noch alle in Ebenen herzen. Und in Thermostat Isles kriegen wir auf jeden Fall einen besseren Ebenenherzhelm für 1080. Weiß Silberwood. Dann noch. Äh. In. Der Cloud Rest kriegen wir noch einen. Ne. Den Kürras brauchen wir da nicht mehr. Den haben wir ja schon. So. Dann. Eigentlich im Grunde. Einen verzauberten Ebenenherzhelm kriegen wir da. Und einen verzauberten Ebenenherz Kürras. Aber ansonsten Ebenenherz langen Boden kriegen wir dort auch einen Cloud Rest. Und den würde ich gerne haben wollen. Aber wir halten uns an die Spielregeln hier. Und fragen die Leute mal. Einfach. Wo ist nach äh. Im Kristallturm. Oh. Crystal Tower. Genau. We hear that Crystal Tower was actually somewhere in the wilderness of Summerset. I don't want to mislead you. However I'm really not very sure. Ja. Das kennen wir doch. Und. Dann würde ich sagen. Wir reisen. Nach Summersetile. Wir rufen uns aber Cloud Rest. Bei Cloud Rest. Bei. Bei. Ah. Ah. Irgendwie. Na wo. Wo ist Cloud Rest? Silverwood. Da haben wir Silverwood schon mal. Da haben wir Cloud Rest. Und was haben wir hier noch an. Cloud Rest. Gehen wir dahin. 51 Tage wird das dauern. Aber. Wir reisen jetzt dahin. Jo. We have arrived in the city state of Cloud Rest. In Summersetile. Provence. The date is. Sundars 13th of 2nd Said. In the 3. Ära 393. It took 51 days to reach your goal. Behold the plans of Summerset for we are the high elves of Cloud Rest. Never will you see more beauty than on our land. Äh. Hoppa. Da rein. So. Okay. Cloud Rest. Was war noch mal hier? In. The Emperor Sunbreeze müsste eine Verzauberter eben jetzt gewesen sein. Guck mal. Die haben alle so gold. Ja. Aber. Ich will zuerst. Hier. Nach den. Elite Accountaments. Gucken wir denn eben jetzt langwurden. Dann suchen wir mal Equipment Store. Elite Accountaments. Genau. Kauf auch hier. Okay. Diese Richtung. So. Hi. Du sag mal. Wo ist denn. Die Elite Accountaments. Komm mal weiter. Noch ein bisschen weiter. Okay. Okay. Ah. Wahrscheinlich hier. Das Elite Accountaments. Real Provisions. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Ich besitze keinen anderen. Dann fragen wir die junge Dame noch mal. Equipment Store. Elite Accountaments. Auch West of here. Vielleicht das da. Elite Accountaments. Da haben wir's. Dann sehen wir uns das gute Stückchen mal an. Ob der's auch wirklich hat. Müsste hier unter Weapons sein. Und. Every Longbow of Luck. 11.000. Da haben wir das. Da können wir's doch nicht leisten. Das heißt. Wir machen hier vielleicht noch den ein oder anderen königlichen Auftrag. So. Einen Moment. Der Helm. Ne. Der Kyras. Wir fielen. Und dort müsste. In. The Emperor's Sundance sein. Aber ich würde sagen. Wie es weiter geht. Erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deos. Und. Ciao. Unsure. thermometer. herhärer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020